Also, wenn es den Titel Drama Queen der Bibel gäbe, Elia wären heiße Anwärter auf diesen Titel. Elia ist auch ein Prophet, der nicht immer damit einverstanden ist, wie Gott reagiert, welche Aufträge er ihm gibt, aber doch, er traut sich was und vor allen Dingen heute in der Tageslesung geht er diese Wette ein mit den Balspriestern. Er sagt, jeder von uns beiden darf einen Stier opfern, ihr als Balspriester und ich als Prophet des Jachwe, des einen Gottes. Und wir dürfen sie opfern, so wie wir es gewohnt sind, aber eins ist klar, der Opferaltar wird nicht mit Holz angesteckt, sondern nur das Holz dahin gelegt und nicht angezündet und wenn Gott das Opfer will, mein Gott bei mir oder euer Gott bei euch, dann wird er schon das Holz entzünden. Und Elia geht nochmal pathetischer und epischer vor, er lässt sogar, im Gegensatz zu den Balspriestern, sein Opfertier, seinen Stier und das Holz mit Wasser übergießen. Und er betet zu Gott und das Holz flammt auf, das verzehrende Feuer aus dem Himmel nimmt das Opfertier das Holz und auch die Steine, die Elia drumherum gelegt hat, als Opfer an. Und somit hat er eindrücklich bewiesen, dass Baal nicht existiert oder zumindest ein schwacher Gott ist und Jachwe der eigentliche große Gott. Ich frage mich immer, braucht es so ein Drama? Ich meine, es ist ja schön, wenn so etwas passiert, aber würden wir uns das wirklich trauen? Würdest du so eine Wette abschließen mit Leuten, die einen anderen Glauben haben? Unsere Propheten, die haben ein ganz besonderes Gottesverhältnis gehabt. Und die waren zwar immer mal schwankend, aber wenn, dann waren die Feuer und Flamme und ganz groß dabei. Was wir davon lernen können, ist eigentlich nur das Vertrauen. Das Vertrauen, dass Gott dann, wenn ich für ihn streite, für ihn kämpfe, bei mir ist. Dass er mir hilft, dass er das, was ich vorhabe, solange es unter einem guten Stern steht, solange es zum Aufbau des Reiches dient, auch unterstützt und bei mir ist. Ich glaube, ich würde selber auch vielleicht nicht unbedingt so eine Wette eingehen. Aber was ich mir immer wieder klar mache, ist, vertraue auf Gott, dass er dir in diesen großen Situationen, in Notlagen hilft. Wenn du das Vertrauen hast, wirst du selbstbewusst. Und wenn du selbstbewusst im Glauben bist, dann wirst du Hoffnungsträger.